Am 27. September um 18 Uhr treffen wir uns wieder zu gedrucktes im Kalibknechthaus im Rosa-Luxemburg-Saal. Diesmal ist Katja Kipping mein Gast. Die Parteivorsitzende der Linken hat das Buch Wer flüchtet schon freiwillig geschrieben. Sie setzt sich darum mit einem Thema auseinander, was viele Menschen beschäftigt. Sie spricht über Fluchtursachen und erörtert, was mit den 60 Millionen Menschen werden soll, die weltweit auf der Flucht sind. Katja Kipping entwickelt Ideen, wie man Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass wirksam entgegentreten kann. Ich freue mich auf eine interessante Lesung und eine lebhafte Diskussion. Wer nicht persönlich dabei sein kann, kann unsere Diskussion im Livestream verfolgen. Bis Dienstag. Untertitelung des ZDF, 2020